hallo naturfreunde willkommen im wald ich bin vor ungefähr zehn minuten hier am parkplatz angekommen und kaum bin ich aus dem auto gestiegen da habe ich schon direkt einen fuchs gesehen der kam wohl gerade aus dem weizenfeld raus und hat dann auch gleich zum auto und zu mir geschaut und dann ist ein paar schritte weiter gegangen ganz in ruhe hat ihn also nicht gestört offensichtlich dann habe ich meine kamera rausgeholt aus dem auto ein paar fotos von ihm gemacht er hat nett in die kamera gelächelt es fuhren autos mehrere an uns vorbei das war direkt an der straße und ja dann ist er weiter getrottet in aller seelenruhe hat ihn alles nicht gestört dann bin ich nur wenige schritte weiter gegangen und habe schon den nächsten fuchs erblickt jetzt befinde ich mich hier in einem bachtal in der nähe von nordheim habe keine ahnung was mich hier erwartet was ich hier alles zu sehen bekomme das ist immer spannend für mich so mag ich es am liebsten also ich laufe jetzt hier einfach das tal entlang und schau mal was alles kommt die sonne ist schon vor einer halben stunde aufgegangen ungefähr aber ich denke es wird noch eine ganze weile dauern bis sie auch hier unten im tal ankommt ab 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 ist es wieder zurückgelaufen hier durch das Dickicht und da habe ich gesehen, dass das ein junger Fuchs war. Habe ihn aber nur ganz, ganz kurz gesehen. Der ist jetzt wieder zurück in die Richtung. Ja, weg ist er. Hier vor mir am Hang, da sind gerade drei Rehe durchs Dickicht geruscht. Da oben. Ich glaube, es waren zwei Böcke und eine Ricke. Die Ricke hat auch gefiebt. Vielleicht war das so ein Paarungskampf oder sie haben gespielt. Ich konnte leider keine Aufnahmen oder Fotos machen, weil die wahnsinnig schnell unterwegs waren und es war immer irgendwas davor. Irgendwas hat da oben gerade wieder im Laub geraschelt. Irgendetwas Größeres. Manchmal ist es ja sonst auch eine Amsel. Aber das kann man eigentlich gut unterscheiden. Ob es eine Amsel ist, dann ist es immer so regelmäßig. Tschick, 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 tschick. Oder was Größeres, dann ist es eher konstant. Oder was Größeres, dann ist es eher konstant. Untertitelung. BR 2018 Ich bin jetzt gleich am Ende meiner kleinen Runde durch dieses wunderschöne Bachtal angekommen. Mir hat es sehr gut gefallen. Hier werde ich in Zukunft vielleicht häufiger mal vorbeischauen. Also habt einen wunderschönen Tag. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr noch mehr Naturschätze sehen möchtet. Macht's gut und bis nächstes Mal. Tschüss.